Hallo ihr lieben, ihr lieben Metropol-Menschen. Wir freuen uns, dass ihr wieder zu uns kommt, nämlich im Juni. Ja, wo es schön warm und gemütlich wird. Ja, und das auf der Pablatschen. Um 19.30 Uhr. Das tue ich alles aus Liebe. Am 19. Juni 2017. Kommt's doch einfach. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.